Mach es dir so bequem wie nur möglich. Und konzentrier dich auf deinen Körper, auf die Arme, auf die Beine und versuche einfach mal jede Anspannung loszulassen im Körper, im Geist. Überall da, wo du eine Anspannung bemerkst, kannst du diese ganz leicht lösen. Und du kannst dich immer leichter und leichter von den Situationen befreien, die für dich Stress bedeuten. Stell dir vor, wie du jedes Mal, wenn du einatmest, Entspannung einatmest und jedes Mal, wenn du ausatmest, jede Anspannung und jeden Stress ausatmest und es fällt dir mit jedem Atemzug mal leichter und leichter, dich zu befreien von all den Dingen, die du nicht mehr brauchst, um noch stressfreier und entspannter zu sein, Stell dir vor, wie du durch deine Schädeldecke einatmest und durch deine Fußsohlen wieder aus, ganz ruhig und gleichmäßig, so ruhig und gleichmäßig, wie du atmen würdest, wenn du schläfst oder wie ganz kurz vor dem Einschlafen, oder wie ganz kurz vor dem Einschlafen, und du atmest noch mehr Entspannung durch die Schädeldecke ein und dieser Entspannungsfluss fließt kopfabwärts durch den Hals, den Nacken, die Schultern, durch die Arme, durch die Hände, durch den Oberkörper, den Rücken, durch den Bauch, durch die Hüften, durch die Oberschenkel, die Knie, durch die Beine, durch die Füße, durch die Fußsohlen nach außen, du lässt jeden Ballast, jeden Stress, einfach aus deinem Körper hinaus fließen, durch die Fußsohlen, und mit jedem Wort, das ich zu dir sage, in dieser Hypnose, singst du noch tiefer in diesen wunderschönen Zustand der absoluten Entspannung, und ich zähle nun von 5 bis 0, und spätestens bei der Zahl 0 angelangt, bist du noch viel entspannter, spätestens bei der Zahl 0 angelangt, hast du jeden Stress und jede Anspannung auflösen können, auflösen können, 5, du befreist dich immer mehr und mehr von bestimmten Dingen, die dir nur im Weg stehen, desto mehr du dich befreist von diesen Dingen, desto mehr Raum und Platz hast du, um dein authentisches Ich zu entfalten, 4, mit jedem Atemzug nimmst du noch mehr Entspannung auf, mit jedem Takt dieser Melodie singst du noch tiefer in diesen wunderschönen Zustand, der absoluten Entspannung, 2, 1, Null, Stell dir vor, wie du es immer mehr und mehr schaffst, Abstand zu bestimmten Dingen zu finden, wie du es immer mehr und mehr schaffst, wirklich nur das an dich heranzulassen, was dir hilft noch glücklicher und erfüllter zu sein, und alles andere ist dir völlig gleichgültig, gesch for, bis zum affordable Especially Lange. Nein, Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und mit jedem Tag geht es dir immer besser und besser. Es fällt dir immer leichter und leichter, ganz ruhig und gelassen zu sein und zu bleiben. Und dein Unterbewusstsein füllt sich nun auf mit Kraft, Stärke. Mit all den Dingen, die du brauchst. Damit du gleich frisch und munter aufwachst und dich einfach gut fühlst. Mit jedem Atemzug nimmst du all das auf, was dich stärkt. Mit jedem Atemzug nimmst du alles auf, was dir hilft. Auf jeder erdenklichen Ebene. Du lädst deinen inneren Akku auf. Und dein innerer Raum füllt sich mit... All deinen Fähigkeiten und Errungenschaften. Auch mit deiner Fähigkeit, ganz ruhig und gelassen zu bleiben, ganz gleich, in welcher Situation du dich befindest. Und dein innerer Raum füllt sich mit, ganz ruhig und gelassen zu bleiben, ganz ruhig und gelassen zu bleiben. Und dein innerer Raum füllt sich mit, ganz ruhig und gelassen zu bleiben, ganz ruhig und gelassen zu bleiben, ganz ruhig und gelassen zu bleiben. Und dein innerer Raum füllt sich mit, ganz ruhig und gelassen zu bleiben, ganz ruhig und gelassen zu bleiben, ganz ruhig und gelassen zu bleiben. Und dazu zähle ich nun von 1 bis 5 und... Bei 5 angelangt, bist du wieder vollkommen wach im Hier und Jetzt. 1. Du wirst immer wacher und wacher, kommst du immer mehr zurück ins Hier und Jetzt. 2. Die Musik wird leiser, desto leiser die Musik, desto leiser die Musik, desto wacher wirst du. 3. Dein Puls, dein Blutdruck und deine Atmung gehen auf die normalen Wachwerte zurück. 4. Du wirst immer wacher und wacher, kommst immer mehr zurück ins Hier und Jetzt, nimm einen tiefen Atemzug und nimm all die Kraft noch einmal auf. Du kannst dich bewegen, beweg deine Finger, beweg deine Zehen, du kannst dich recken und strecken. 5. Und 5. Du kannst die Augen öffnen, kommst wieder zurück ins Hier und Jetzt. 10. 10. 10. 18.